Ja und, mal danke, dass wir mal alle lief uns. Ja, das war ein Problem, ja. Ein Tumpel, der wollte, wenn ich einkaufen ging, habe ich angerufen, da drin, 12 Minuten rum. Das zweite Brot hat gebrannt. Ich weiß jetzt, was ich gesehen habe, bei Herrn Kauer war angeschaut, auf dem Internet, drei Brot da drinnen. Definitiv das zweite. Das war auf jeden Fall ein bisschen außergebrannt. Da drinnen haben wir noch eine gesehen, nämlich in die Fenster. Das war auf Lohmann auf dem Brot, das war so cool, und dann haben wir schon die Feuerwehr angerufen, die Feuerwehr alarmiert. Du hast noch mehr Videos. Nein, 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 nein. Das war nicht. Wir wurden auch noch die Feuerwehr alarmiert, aber die Feuerwehr nicht sehen, auch nicht mehr. Nein, das ist der Lektorbrot. Ja. Wie gesagt, da wurden auch noch eine gesehen, da haben wir gesehen, dass ein Rauch entsteht drinnen, und das hat Flommel, der war zu sagen, der wurde gerade voll irgendwo das Plakar drinnen gesehen. Dann sind wir zugegangen, und ich sage, da brennt einander. Das ist keine Booth, bitte. Die Feuerwehr angeworfen, und dann noch mehr zu hinten. So sind wir gerade fast, und dann bin wir fünf Minuten, war alles dabei. Also ganz unten, dann kann er noch nicht so gut sein. Würden Sie vielleicht irgendwie Interferer in seinem Boot gewesen sein, habe ich keine Ahnung, ha? Ja, der hat ja... Nein, das ist hier gekriegt, ja. Okay. Das ist ja ein dickes Boot, oder? Wo es drin ist, oder? Oder? Er stellt den ganzen Wind da drinnen zum Herzen, und setzt dann am Mittwoch oder Donnerstag auf dem Herzen. Wie kommen wir denn zu den Videos? Wenn wir das nicht so vernommen ja gerne machen, dann gehen wir alles weiter, ja. Wenn es da mal sind, oder sind wir auf dem Grundgeletron, wir lassen frühen liegen am Tisch, und die sind von einem brennt der Platten Papillon. Wer ist jetzt gut? Wer ist jetzt gut? Wer ist jetzt gut? Ja, der ist ja nicht. Ja, der ist ja nicht. Der ist ja nicht. Na ja, warum brennt der Pamela? Echt nach gut? Also... So zu sehen, wenn die Windischfunktion, wenn die Finger dabei kommt, das kommt natürlich auch so, wie bei einem... Der hat schon wieder passiert sein, das eine von den Luftplatinen, weißt du, was wir da bekommen? Das eine durchgeführt, und wann auf der Zeit halt einfach reingekriegt hat, durchgeführt hat, durchgeführt hat, und das geklost hat, und das weißt du, das kann ich schon... Das ist sicher. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ein Sinn. Ja, ich hoffe, ich muss mal gucken, 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 wenn die Platine läuft, wenn ihr da was habt, ja, das läuft aber schon nicht das erste Jahr, ja, aber wie gesagt, ich versiere, wenn ich guck, das war, das Boot, ja. Ja, guck jetzt, mit dem Mara, das hätte ich nie gelassen, das ist ein Mara, zum Beispiel, der Schicksal-Furrl, ja, das ist ein Mara, alles Kopf und Verkopfstamm-Mäuse, oder? Ja. Ja. Ihr ist der Bergabend, ja, die Unglöschein, die gibt es den Funken, die wir in der Schicksal-Furrl, ja, die wir in der Schicksal-Furrl, die wir in der Schicksal-Furrl. Ja, 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 das ist ein Schicksal-Furrl, und das ist ein Mara, wo es nicht rausgehen, aber jetzt, wo es nur mit dem Ausgüter-Furrl Das war's.